Bei mir ist einfach gerade nur Derbs am Leggen. Hey! Skelett! Nein! 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 Es schießt mich runter! Heyo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Holy Topica. In der letzten Folge wollte ich euch eigentlich bzw. euch und dem Steven diesen großen Mammutbaum in der Holzwelt zeigen. Aber dann habe ich gesehen, dass ich meinen Stall ruiniert habe und dann wurden wir umgebracht. Und dann habe ich noch meine Schweine getötet und meine Kühe sind gestorben. Also kein gutes Ende. Deswegen gehen wir jetzt direkt mal weiter. Vergessen wir das einfach! Kommst du? Ich bin doch schon dumm. Ich habe es nicht mehr gesehen. Hey! Hier konnte man die anbauen. Mach mal eine Reihe, wenn du welche hast. Ich bin doch nicht die großen, würde ich meinen. Ach, Shirunaya ist ja eh gerade die Farmer weiter, wie man sieht. Aha, aha. So zu wissen. So. Und zwar, wenn man hier gerade ausgeht. Ah, da ist es schon, wir sehen schon. Dann kommt man tatsächlich an diesen riesen Baum. Für so einen Baum braucht man 49 Setzlinge, um einen zu bauen. Echt? Ja. So viel mal sieben mal gesetzt werden. Lass mal sammeln und noch so einen in der Stadt bauen, oder? Ja, kann man machen. Wie kommt man an die Setzlinge am besten dran? Hochbauen, ne? Ja, hochbauen. Ich habe schon einer angefangen. Wollte gerade sagen, dass wir... Sollen wir weitermachen? Ist der hohl? Haha, was ist dahin? Jo, leid. Gewohnt bestimmt einer drin. Ich hoffe mal, ne? Oh, eine Sache darf man... Als ob sich hier jemand eine Wohnung drinnen baut. Aber eine Sache darf man bei so einem Mammutbaum nicht machen. Das wäre? Die Wurzeln abbauen. Heiß? Also wenn man... Kann ich dir zeigen? Hier, diese. Rinde. Das ergibt Rinde und Wurzeln. Da ist er. Ja. Dann geht der weg, oder was? Genau. Wenn man die Wurzeln kaputt macht, also alle weg macht, geht der Baum kaputt. Hier sind aber auch... Na, das Baum stammt. Ja. Verdammt. Nicht gut. Ich habe das Bett vergessen. Ich habe aber eins mit. Es reicht doch, wenn einer pennt. Ja. Ich habe das Bett vergessen. Meins. Ich habe doch eins mit. Sag das doch. Habe ich doch gerade. Mensch. What? Ich habe gesagt, es reicht doch, wenn einer pennt. Ich habe eins mit. Ja, das habe ich ja gehört. Ich schütze mich lieber mal, das neben mir, solange ich spawne hier. Ach da, das Spawne X. Dann würde ich sagen nämlich, dass wir uns oben nur die... Wie viel Sepplix hast du? Bei dem Baum noch gar nichts. Noch gar keinen. 49 brauchen wir, ne? Ja. Das Holz ist einfach nur geil. Boah, das dauert aber ewig bis wir da oben sind, ne? Ich weiß. Ich weiß. Was? Das geht eigentlich nicht. Also, die Achse finde ich einfach am besten. Sau schnell. hau mich bloß nicht mit dem teil dann bin ich dead wenn man hier runter fällt da ist man wirklich tot guck dich mal bitte die aussicht an leute ist geil cool da unten ist lava ganz viele bären das sind glaube ich blaubeeren aber ich nicht mehr nicht gesehen haben wir uns einmal ganz durch stehe im abgrund mit meiner brille und wir sind oben ich komme den blättern nicht unter uns aber war ich doch nicht in mich rein ich hätte dich fast geschlagen ich hätte dich fast geschlagen geh erstmal nach ganz oben oder zyklop das mache ich mir nämlich immer einen inventarplatz frei und dann sehe ich nämlich wie viele zäblings ich hier habe ich hab schon einsetzt längst ey du penner dropp mal was ich hab auch einen ja auch einen Mammutbombsetzing ich glaube ich habe sogar welche zuhause davon echtes? ja die sehen zumindest so ähnlich aus dass ich ich hab auch einen die glaube ich immer gesehen hätte du bist ja der ist jetzt ficht die ist ja der ist jetzt ficht fichter könnte es eigentlich auch sein also ich sehe die ist verdammt ähnlich ja stimmt fichter ne komm schon lass mal den quasi so aushöhlen, dass der die form aber nicht verliert weißt du Ja, kann man machen. Also nicht so die äußerste Schicht weg. Mal gucken. Ja, wir sind auf Höhe 155 schon. Okay. Wenn wir da runterfahren, sind wir echt tot. Also ich hab jetzt vier. Und ich seh die Wolken schon. Über den Wolken. Lalalala. Vor allem, ihr lecket. Lecket, lecket, lecket. Ja. Vor allem, wenn wir den spawnen wollen, dann wirds richtig lustig. Dann heißt das erstmal leckhausen. Boah, wie weit ging das denn genau hoch, man? Das dauert nämlich echt in Zeitung, bis der hoch wächst. Komm, wer echt oben sei. Nein. Du bist immer noch nicht oben. Nein, ganz. Ja. Die Rinde kommt auf jeden Fall immer näher. Alter, ihr kriegst ja nen Drehbohrn. Ja, muss ich machen. Weil jetzt sind natürlich die ganze Zeit an der Rinde drin. Alter. So, bis. Jetzt, ne? So, langsam. Ja. Gut. Hossa. Hossa, hossa. Ja, jo, schnapp mir die Zepplings weg mit deiner scheiß Rüstung. Was ist das? Was? Ich hab nur einen. Ich hab nur einen Setzling. Weil der eines Zepplings gerade weggeflogen. Ich hab nur einen Setzling. Oh, ich geh noch höher. Wenn wir noch höheren, kommen wir uns auch nicht in die Querie beim Abbau. Ich hab nur einen Screenshot gemacht von da oben. Mach ich am Ende. Also 49 haben wir eine Menge hier abzubauen. Wie? Verarschen? Wenn da hochlaufen. Nicht runterfallen. Bloß nicht runterfallen. In der Schere kriegt man auch nicht mehr Zepplings, ne? Wahrscheinlich gar keine, ne? In der Schere. Ähm. Ähm. Lol. Was ist los? Wart, warte. Ich muss grad was gucken. Ich glaub, Holly hat hier oben noch was gebaut. Ja, sie hat hier oben noch was gebaut. Was ist denn da drauf? Da ist noch ein Weidensetzling. Thank you so komisch. So. Links Setz... Nix Setz... Nix Setzling. Ich hab hier sieben. Ich hab hier sieben. Wie hast du schon? Sieben. Jo. Wie viel ich jetzt eben rausgekriegt hab. Wie viel ich jetzt eben rausgekriegt hab. Also ich bin schon bei 8. Ich auch. Und dann! Wie viel ich jetzt rausgekriegt habe. Ich bin hier so bei 4. Das war... Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Ja, hallo? Alter, ich hatte gerade übelst Schiss. Der hat mir zweimal eine genockt und ich bin übelst weggeflogen. Okay. Ah, jetzt komme ich da nicht mal hoch, oder was? Oh, schon wieder, schon wieder! Ah! Hä? Ich höre die... Wo spawnt der? Mach mal kurz F7. Hast du Fackel mit? Nee, ich habe aber Kohle und Stocke, ich kann welche machen. Jetzt habe ich 44, ja? Dann... ... oder so. Falsche Axt. Jo... Klar! Bloß nicht unter mir ab, Steven! Jo... Ich lob dich down, ey! Hauptsache, ich mache hier so Blatt zu Blatt und du übertreibst direkt. Reißer ab! Wie viele hast du? 24. Ich habe 11. Ich habe 11. Haben wir schon mal 35. Wollen wir ja nur noch... 26. 27. 28. 28. 29. 10! Das war knapp, Alter! Ja! Ich habe dich nicht gesehen, ne? Jo! Da war 31 jetzt. Ich gehe jetzt mal in die andere Richtung weiter, ja? Damit du mir hier nicht den Boden wechschnäselst. Bei mir leckt es einfach nur übertrieben. ...ja, das ist halt weil ich ganz schnell unterwegs bin. Ja. Ja, super! 34. Burnierst meiner Aufnahme! Es leckt! 38. Wir haben schon genug, ne? Haben wir genug? Aha! Ich habe 38 schon. 39. Ja, dann lass mal. Ich hab 14, dann lass mal runtergehen. Oh man, das könnte das Kampf werden. Hopp, hopp. Wasser einmal hast nicht mit, ne? Nein. Oder? Doch, hab ich! Creeper! Was ist mit Peter? Creeper! Ich hab Peter verstanden. Aua! Du hast nichts geschafft. Ich hab meine Maus hier halb abgerissen. Weil die hingen. Sehwurm. Eiseres Kiel ich auf jeden Fall nicht. Spring. Du hättest von oben Wasser runterlaufen lassen können. Ja, aber... Ich bin mir so ganz sicher. Wir machen in der Mitte gleich erstmal einen Halt. Because of... Schlaffi laffi laffi. Ich hab 5 Skelette. Willst du dich verkackern? Guck mal. Die tanzen. Okay, sie tanzen. Hast du ein Monster in der Nähe? Nicht mehr. Doch. Hä? Was ist die mit deiner scheiß Rüstung, Mann? Hinter dir! Monster! Ist ja keiner. Ist aber ein Monster irgendwo. Ich weiß wo. Da unten. Da unten ist keiner. Ich weiß aber glaube ich wo. Hier ja bestimmt. Direkt? Ja direkt unter uns meine ich ja. Schlafen, geschlafen. Nein, immer noch. Jetzt? Immer noch. Gibt's doch nicht. Ach, ich will schon. Immer noch. Das wird komisch. Ich finde es tot gleich. Du hast einen Creeper, äh, du hast einen Enderman angeguckt. Hab ich nicht. Doch, ich hab's eben gehört. Ich hab keinen Enderman angeguckt. War ich ja egal. Hä? Immer noch? Ja, bau Babette ab. Komm, wir hauen ab hier. Alles klar, ich bin schon auf dem Weg. Wo wirst du hin? Da unten. Ultramop, der wirft einen hoch. Dich, ja. Der ist auch auf dich fixiert. Ich bin schon weg. Wow. Creepy Creep. Ich darf einen Ultramop. Einfach schnell vorbei rennen. Mach das auch grad. Ich darf sogar rennen, zick-zack. Ah, ja stimmt. Ist das Eden Eden? So, tack. So. Dann pflanzen wir jetzt noch den Baum. Dann war's das tatsächlich auch schon, ne? Wow. Ja. Das war eine lange Folge. Das glaub ich. Holzblock hinter dir wieder abbauen, damit die nicht hier reinkommen. Ja. Dann lassen wir mal zurück. Elevate. Wo pflanzen wir den? Sollen wir den bei mir da auf dem Wasser pflanzen? Am spawnen da so ein bisschen. Können wir machen? Dann können wir ihn eigentlich so rausfinden und so eine kleine Basis drin machen. Ja. Oder einfach nur so lassen. Bist schon zurück? Ich will mir da ein Baumhaus reinbauen, ja? Ja, kannst du machen. Ja, ich bin schon zurück. Ja, gut. Erde. Boah. Habe ich hier in der Kiste eben reingemacht. Das können wir benutzen. Ja, ich würde sagen, Leute, das seht ihr in der nächsten Folge, wie wir diesen Baum pflanzen. Und ich bin mir da auf jeden Fall... Oh, sorry, du pennst hier mitten am Weg, Junge. Ja, klar. Jo, gönn dir. Das ist eh meins. Jo, nimm halt. Na gut. In der nächsten Folge seht ihr, wie wir das Bäumchen pflanzen. Wohin wir es pflanzen. Und dann, was ich damit tue. Tschüss. Ja, lös.